Guten Morgen, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Guten Morgen Börse gemeinsam mit XTB. Heute am Donnerstag, den 9. November 2023 und wir wollen uns einen Blick gönnen heute ganz explizit auf die Disney Earnings, die gestern nachbesslich veröffentlicht worden sind. Den ersten Blick, ich hatte sie gestern noch in meinem Twitter-X-Feed geteilt gehabt, waren die gar nicht so phänomenal und heute früh offenbarte sich mir dann, als ich dann mal ein bisschen in die Tiefe ging an dieser Stelle, dass die ziemlich crushing waren. Neben dem Umstand, dass es darüber hinausgehend auch eine ganz interessante Price Action jetzt zu sehen gab, es hat sich eine kleine Konsolidierung herausgearbeitet innerhalb dieses sehr sehr bärischen Umfelds, in dem sich die Aktie wiederfindet zwischen 80 bis 85 Dollar. Pi mal Daumen. Und jetzt sehen wir einen Break, deutlich über die 85 Dollar Marke und das könnte ein Follow-Through geben. Also, das ist nicht ein High-Beta-Stock in Anführungsstrichen, das wird nicht der dynamische Kursverlauf werden, aber ich glaube, wir haben eine realistische Chance in der Disney, einen trendigen Verlauf zu sehen, zu bekommen, wenn das übergeordnete Markenfeld stabil bleibt, sich wenig volatil präsentiert, zurück Richtung über 90 Dollar tatsächlich sogar. Alle weiteren Details dann in den folgenden Minuten, bevor wir offiziell starten, allerdings zunächst der Blick auf den Risikoinweis. Die Vision und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin getradet, gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren, sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle mal bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lass ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater. Lade sich dann auf xtb.com.de kostenlos eine Demo herunter, teste ein anderes Risikofrei, schau, ob der Handel mit diesem Produkt sich für ein Eignet. Insofern sich das dann herauskristallisiert, so zu sein, hat man auch die Möglichkeit natürlich ein Live-Konto zu öffnen, diesbezüglich alle Informationen, verstehen Risiko und weiß auf xtb.com.de. Darüber hinaus nutz gerne die Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen mit dem Berliner Team hier in Berliner Büros. Telefonnummer, E-Mail-Adresse folgt zugleich, kurz in eigener Sache ab. Nichts in den folgenden Minuten bitte als Anlageempfehlung mit verstehen. Das nennt sich auch mal ein rein edukatives, rein informatives Event. Ihr könnt gerne eure Fragen stellen in der Kommentarfunktion unterhalb des Videos, aber bitte wie gesagt nichts als Anlageempfehlung in irgendeiner Form missverstehen. Hier die versprochenen Kontaktdetails, Telefonnummer bzw. E-Mail-Adresse, falls es Fragen gibt, so xtb.com.de als Broker, xtb.kontoeröffnung, Plattform und dergleichen. Kurz xtb.com.de als Broker vorgestellt, bester CFD Brokersjahres 2023. Die Gründe dazu geführt haben, findet ihr hier am Link aufgeführt. Und von Brokerwahl, wie gesagt, ausgezeichnet im Jahr 2023. Ein Grund, der eventuell dazu beigetragen haben könnte, sicherlich auch die X-Station. Und genau auf diese wollen wir uns jetzt hier einen Blick gönnen. Und ich habe gleich den Chart aufgemacht mit der Disney-Aktie. Und wir wollen mal ein bisschen in der Kurshistorie rühren. Zunächst, bevor wir hier einen Blick werfen. Ich möchte nämlich die Möglichkeit nutzen, so ein bisschen ein Bild zu skizzieren vielleicht, wo wir gerade in der Disney stehen. Denn ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, das zu verstehen oder beziehungsweise einzuordnen. Wenn man in sozialen Medien auch ganz besonders, also ein bisschen, also in Trader-Kreisen oder auch Investoren-Kreisen vielleicht sogar, sich ein bisschen umhört, dann wird man feststellen, Disney ist da jetzt nicht so die Top-Story. Also auch aus technischer Warte, ich habe da mal eine Formulierung gehört, da wurde die Aktie als regelrecht Müll bezeichnet. Aktuell von den technischen Gegebenheiten natürlich. So war das zu verstehen an dieser Stelle. Aber nichtsdestotrotz überhaupt gar kein gutes Wort, was man irgendwie hat über Disney lesen können. Ein Grund, der dafür vielleicht seinen Beitrag leistet, dazu seinen Beitrag leistet, ist dieser aktuelle, ich nenne es mal dieser Voke-Einschlag. Das ist eine Begrifflichkeit, die von Elon Musk sehr gerne verwendet wird. Oder generell, die sich in sozialen Medien auch hält. Diese überpolitische Korrektheit, die sich widerspiegelt in vielen, auch Klassikern, also Klassikern meinerseits. Der eine oder andere, der sich jetzt hier dieses Event anschaut, der wird sich ja auch denken, ja, ich kenne das auch noch alles ein bisschen anders. Also seien es irgendwie die sieben Zwerge oder seien es, weiß ich nicht, Schneewittchen in irgendeiner Weise. Und das wird jetzt alles ganz politisch korrekt, wird das alles aufgearbeitet und dergleichen. Und das ist irgendwie befremdlich. Wie auch immer man dazu steht, sei es drum, man hat auf jeden Fall den Eindruck, dass es auf jeden Fall etwas ist, was auf das Unternehmen negativ sich auswirkt. Also zumindestens mal unter Investoren, zumindestens würde ich sagen, das macht sich bemerkbar. Wie macht sich das bemerkbar? Nun, wir schauen uns an, aktuell der zunehmende Fokus auf den Streaming-Bereich. Und auch Disney, Disney Plus beispielsweise, hat in diesem Zusammenhang natürlich von diesem Hype kurzzeitig jedenfalls profitieren können. Rund um die Pandemie, Covid-Pandemie und dergleichen nach diesem Zusammenbruch hier. Da haben wir starkes Wachstum gesehen und einen starken Schub, der uns damals auf rund 200 Dollar die Aktie geführt hat. Aber seitdem sehen wir eben einen Stallout und dann auch einen stark bärischen Move. Und der hat uns nicht nur diese kompletten Aufschläge von den Covid-Panik-Tiefs aufholen lassen oder beziehungsweise wieder hergeben lassen, sondern wir sind tatsächlich sogar darunter gefallen, auf die niedrigsten Kursniveaus zwischenzeitlich hier unter die Covid-Tiefs seit 2014. Und der Teil, der dazu beigetragen hat, mit Sicherheit auch der Umstand, dass wir einfach ein Cash Burn im übertragenen Sinne haben, hoch unprofitables Disney Plus Geschäft, also Streaming-Geschäft, wo der Turnaround irgendwie geschafft werden soll. Da gab es auch noch die eine oder andere Entwicklung, die dann aus, ich weiß nicht, Schauspielerstreik und so weiteres Produzentenstreiks in Hollywood und dergleichen sicherlich eine Rolle gespielt hat. Aber Fakt ist auf jeden Fall einmal, dass das in Summe dazu beigetragen hat, dass Disney ganz besonders mit dieser Abkehr von seinem vielleicht teilweise befremdlichen Art und Weise Klassiker aufzubereiten, eben eine Abkehr von Fans nach sich gezogen hat, was sich dann auch entsprechend eben bemerkbar macht hat. Neben jetzt mal sicherlich auch dem Umstand, dass wir ein wirtschaftlich sehr, sehr schwieriges Umfeld gefunden haben. Ausgehend wovon wir sagen, wir werden in Anführungsstrichen jeden Euro zweimal umdrehen und zweimal überlegen, ob jetzt wir wirklich drei Streaming-Anbieter brauchen. Nehmen wir jetzt mal Amazon Prime, Querstrich Netflix, Disney Plus und weiß nicht, Wow, Ticket, Sky oder wie auch immer das heißt. Oder ob wir nicht sagen, wir fokussieren uns auf einen und da ist dann eben nicht die Wahl unbedingt auf Disney Plus gefallen in der Vergangenheit. So, das ist so kurz zur Einführung. Also die Aktie, grundsätzlich, der schwingt ein verhältnismäßig bärischer Bias mit, so würde ich sagen. Und jetzt haben wir eine ganz interessante Konstellation gesehen. Also wir haben im Rahmen dieser Entwicklungen auch eine personelle Veränderung zu sehen bekommen, dass nämlich Bob Iger, der langjährige CEO, das Unternehmen wieder übernommen hat von einem anderen Bob, wo ich den Nachnamen jetzt nicht mehr ganz genau weiß. Ich glaube, der fängt mit S an, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Also Fakt ist auf jeden Fall einmal, Iger-Effekt war ein Thema und dergleichen, aber Iger hat das Ruder bis dato nicht wirklich herumreißen können. Die Aktie, das war über das Jahr 2022, hat kurzzeitig mal ein Pop zu sehen bekommen, glaube ich deutlich über 100 Dollar. Das war vielleicht sogar hier in dem Gefildene ungefähr. Das war so dieser Iger-Effekt eventuell, aber dann von dort weiter ganz klaren Abgabedruck gesehen. So, und ist jetzt hier in eine Konsolidierung übergegangen, kurzzeitig, kurzzeitig mit dem entsprechenden bärischen Bias, an dem sich nicht groß was geändert hat, Konsolidierung zwischen 80 und 85 und jetzt wird gleich klar, warum das ein Thema ist. Denn es gibt innerhalb dieses Earnings-Releases, der auf den ersten Blick, also wir sehen erstmal Walt Disney hier in den gestern nachbösslich gehandelten meist aktiven Aktien, 8,33 Millionen Stücke, 3,3% Gap höher. Also erstmal eine positive Reaktion, 8,33 Millionen Stücke. Wir wollen das mal ganz kurz hier einordnen. Aktien, da gehen im Schnitt ungefähr 14,5 Millionen Stücke pro Tag um in den letzten drei Monaten. Da sehen wir es wie 14,36 Millionen Aktien. Also das bedeutet, 70% gehen in der Nachbörse um. Also es ist ein Interesse, was diese Aktie auf sich zieht. Und das überraschte mich erstmal. Also wie gesagt, jetzt schaue ich mir das eben dann heute Morgen, ich bereite das alles vor, mein Handelstag und dergleichen, ist die Aktie für mich heute von Interesse und so weiter. Und dann denke ich mir, naja, also die Zahlen bereinigter EPS, Gewinn pro Aktie 82 Cent, 69 Cent erwartet. Also ja, besser als erwartet, schön. Aber der Revenue, der enttäuscht, 21,24 gegen 21,43 Milliarden. Disney Plus Subscriber, ja, besser als erwartet. Da sind wir 150,2 Millionen gegen 147 Millionen. Auch besser als erwartet. Ja, ist die die positive Reaktion, aber ein Game Changer ist das nicht. Also jedenfalls im ersten Blick. Und dann bin ich so ein bisschen, habe ich mich durchgeklickt, mir haben es ein bisschen angeschaut und gedacht, oh gut, was hat denn der Bob Iger vielleicht gesagt und dergleichen. Und da wurde ich dann hellhörig. Ich bin hier einfach, ich habe Google bedient, ja, Earnings Disney, bin hier über den Artikel gestolpert. Und da gab es diverse Kommentare oder beziehungsweise Hinweise, die sagen, das könnte wirklich jetzt ein Turnaround nach sich ziehen. Und die Aktie ist für die Long-Seite für heute mindestens, vielleicht sogar für die kommenden Tage, durchaus interessant. Zum einen sehen wir, die wollen weitere Kosteneinsparungen in einer großen Ordnung von 2 Milliarden auf den Weg bringen. Iger selbst sagte hier, We are most focused on profitability by the end of fiscal 2024. Also Ende des Jahres 2024 wollen die profitabel sein, bezogen diese Aussage auf den Streaming-Dienst. Und wir haben darüber hinausgehend auch, das wird aus den Zahlen gar nicht so bemerkbar, aber wir haben jetzt alleine im letzten Quartal 7 Millionen Subscriber global gesehen, die Disney Plus hat gewinnen können. Und der Knaller ist eigentlich. Weniger, dass da 7 Millionen Subscriber sich gefunden haben, sondern, dass man den Verlust auf Quartalsbasis auf jetzt 387 Millionen hat reduzieren können. Das ist deswegen erwähnenswert, weil vor einem Jahr noch hier ein Verlust fürs Quartal-Streaming-Geschäft von 1,47 Milliarden zu Buche schlug. Also das bedeutet, man hat die Kosten um über eine Milliarde reduziert und diese ausgegebene Devise hier, bis Ende 2024 in diesem Bereich profitabel zu sein von Iger, die scheint sehr, sehr realistisch umsetzbar, wenn man weitere Kosteneinsparungen in einer großen Ordnung von 2 Milliarden plant. Und bis dato sind die ja durchaus erfolgreich gewesen, wenn man sich jetzt hier diese Zahlen anschaut auf Jahressicht. So, lange Rede, kurzer Sinn. Die Aktie, bärischer Biers, jetzt Turnaround-Potenzial durch diese Kommentare. Zahlen sind solide. Das übergeordnete Marktumfeld ist ruhig, mit Ausblick auf die kommende Woche Inflationszahl, vielleicht sogar schon auch in gewisser Form ruhiger werdend, mit Ausblick auf Thanksgiving Ende des Monats. Wir sehen einen technischen Breakout über diese Widerstandsregion. Roundabout laufend um 86 Dollar. Das ist ungefähr auf der Oberseite, also 85, 50, 86, 86, 50, so in dem Bereich. Wir haben dann in der Vorbörse schon über 87. Sind wir also in der Lage, dieses Gap zu halten und dann entsprechend auf der Oberseite zu performen? Ich habe das hier schon mal eingezeichnet für die Kunden von XTB. Also eventuell sehen wir einen kurzen Flasch in diesem sogenannten Earnings A WeWarp. Das ist der geankerte volumliche Durchschnittspreis, der durchschnittlich bezahlte Preis auf die Veröffentlichung der Earnings, hier in Violett angefangen. Der verläuft derzeit um die 87, Pi mal Daumen, vielleicht ein Stück weit tiefer, 86, 50 eventuell. Also wir gehen vielleicht eventuell tiefer rein, kommen kurz rein, Gewinnmitnahmen oder dergleichen, dann finden sich Käufer. Und sobald wir dann in der Lage sind, über die Eröffnung zurückzulaufen, über WeWarp zu halten, ganz besonders aber, wenn wir über nach 16.88 Uhr in der Lage sind zu halten. Glaube ich, ist Disney ein Kandidat, heute schon, aber dann auch in den kommenden Tagen realistisch, bis Gefilde 91 und mehr. Also eventuell sogar in Richtung der Juli-Hochs, die verlaufen roundabout um 92 Dollar, Pi mal Daumen auf der Oberseite. Und so, soweit also zum möglichen Play für den heutigen Tag. Übergeordnet sonst sind wir ruhig, also Cherrypicking ist angesagt und Disney scheint dann durchaus ein interessanter Kandidat zu sein. Happy Trading! Passt auf, ihr Sobs auf und wir hören uns morgen hier an dieser Stelle wieder zum Wochenschluss. Ich freue mich, habt euch wohl. Bis dann. Und tschüss.